Also ich bin da so ein bisschen erstaunt, das hätte ich nicht erwartet bei Steif. Bei Steif erwartet man so etwas, etwas härtere Kuscheltiere, die gar nicht so sehr zum Kuscheln einladen, aber sie ganz schön sind. Man kennt Steif traditionell von den klassischen Artikeln, von den hart gestopften Artikeln, die natürlich eine ganz bestimmte Zielgruppe ansprechen. Welche Zielgruppe? Das sind in dem Fall... Meine Jungs, die sind zwei Jahre alt, die finden das jetzt nicht so einlagend. Genau, das sind auch in erster Linie Artikel für Sammler. Die sind hart gestopft, wir nennen das hart gestopft. Und die hier sind dann jetzt weich gestopft, weil die sind ganz kuschelig. Die sind weich und kuschelig, genau. Also die wird jedes Kind wahrscheinlich lieben. Genau. Steif ist eine Marke... Und sehr flauschig ist der auch. Genau. Extrem weiches Material. Deswegen heißt die Serie bei uns auch Soft Cuddly Friends. Also zum Kuscheln wunderbar geeignet. Das ist mal ein neuer Weg, wenn Steif geht, indem wir einfach in eine Schiene gehen, wo wir auch von der Preisbestaltung her in einer interessanten Optik sind. Weil Sammlerartikel haben doch aufgrund der Steifqualität einen besonderen Preis. Und die sind jetzt auf Deutsch gesagt ein bisschen günstiger. Bei den Artikeln, die sind deutlich günstiger. Die sind im Schnitt natürlich, sieht man ja, deutlich ein bisschen einfacher gehalten. Haben aber nach wie vor die hohe Qualität, die Steifprodukte haben. Auch alle Sicherheitsmerkmale entsprechen alle der CE-Norm. Aber dadurch, dass sie vom Schnitt ein bisschen einfacher sind, kommen wir da an eine Preislage, die für Endverbraucher sehr interessant sind. Die bei 17,90, 29,90 und 42,90 liegen. Das kann man mir zeigen. Und 42,90 ist natürlich für einen Steifartikel in der Größe ein sensationeller Preis. Das stimmt, ja. Weil wir sagen, Steif ist für alle und nicht nur für Leute, die sich hochwertige Produkte leisten können. Auch für die Kleinen. Okay, also das ist für deutlich jüngere Kunden als Ihre klassische Klärtee. Das ist für die ganz Kleinen, die das mit dem Bett ins Bett nehmen, zum Kuscheln, mit auf Reisen nehmen, mit in den Kindergarten nehmen. Entsprechen alle den Sicherheitsnormen und Richtlinien und in der Preislage, die für alle erschwinglich ist. Scheint eine gute Taktik zu sein. Ich bin mir sicher, Sie werden viele Kinderherzen erobern. Da sind wir auch absolut überzeugt. Alles klar, vielen Dank.